so den signalisator den setzen wir mal da machen wir eine stahl produktion und nicht aufheben was machst du schon wieder was machst du schon wieder für ein blödes mensch normal stahl produktion fertig so dann haben wir das naja das kommt natürlich auch noch mal ganz anders gießereien 240 kriege ich jetzt runter 270 können die bänder also habe ich da drei 30 luft und der dann noch mal 30 drauf ja so dann ich mache jetzt mal diese rein damit wir ganz viel stahl waren haben genau fünf können wir bauen jetzt gerade mal selber überlegen wie machen wir das denn am besten weil da haben wir daraus müssen wir ja noch beton machen wie machen wir das oder brauche ich noch eine etage dass man da oben die gießereien hat und unten die anderen produktion ich glaube das macht ein bisschen mehr sinn war dann muss ich das hier noch mal weg nehmen habe ich zwar wieder den ganzen mist hier drinnen aber ist dann halt so ich brauche mal meine wende wende da ja eins zwei drei reicht so jetzt muss ich rüber weil ich brauche material mal rein da ich nur eine zweite kiste gebaut habe jetzt war mein ganzes mal reaktieren ja das machen wir so dann holen wir mal eben drüber und holen uns noch mal ein bisschen material eisenplatten auf alle fälle und beton 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 ach so herr das wollte ich ja eigentlich auch noch machen aber ich mache jetzt erstmal hinten die produktion ach so ich kann ja schon mal die neuen meilen stein aus auswählen so glaube ich nur einer der hier alles mal ausgewählt das können wir doch hier eigentlich auch mal ändern oder so 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 dann sieht es nämlich gleich aus mal gucken was passiert wenn ich hier aber wir brauchen den schade dass das sowas wie eine kreuzung nicht gibt man kann sich eine kreuzung selber bauen das weiß ich aber da musst du schon vorab schon rechtzeitig mit dem global zeigen wo man hin möchte oder so so trick 17 mehr oder weniger mehr habe ich jetzt gerade nicht so ach mensch beton so den einsteck mal voll ich brauche noch eisenplatten und die sind drüben deswegen das muss auch alles da reingelettet werden damit man alles auf einen fleck hat oder mache ich das jetzt eben schnell nö 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 hab ich gar nicht Lust vielleicht mache ich es heute noch oder mal gucken ach die kann jetzt wieder produziert werden so machen wir uns eisenplatten mit die brauchen wir für unsere Wände so dann holen wir mal eben schnell rüber und dann brauchen wir da mal weiter aber eigentlich müssten die anderen Sachen auch dort hin irgendwie sieht es komisch aus der 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 musste eins da rüber sieht das so richtig behindert aus das sieht nicht schön aus das machen wir nochmal neu so ja eins nach vorne dann kommst du da ran so so und ein bisschen strom so naja so sieht es besser aus so sieht es besser aus aber wir brauchen den hier weil wir müssen ja rüber wir müssen rüber wir müssen rüber aber ich werde gleich nochmal eine pause machen ach ach das hat sich ja nur wobei das mache ich auch nochmal ein bisschen anders ach so viele baustellen hier noch man will da machen da machen da machen so so da sind wir schon wieder aber ich kann mal rauf doch geht so da kann ich nicht bauen aber da Soll ja so aussehen, als würde man Indie-Wand gebaut haben. Wobei, dann brauche ich ja, brauche ich die hier nicht. Ja, hier haben wir ein bisschen Material. So. 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 Ich habe nur gerade ein Problem, ich muss ja da irgendwie auch wieder hochkommen. Das mache ich mir aber auch nicht fertig. So. 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 hoch und hierzu ich könnte man ja auch hier schon war ja jetzt mal wieder weg hier das sieht doof aus komm jetzt mal hier auf alles weg warum alles nicht ist nun materialverschwendung und sehen tut man es eh nicht hier wollen wir es natürlich wieder an ganz klare sache war nicht geplant dass es wegkommen soll weiß sondern zwar noch nicht was man mit dieser ecke da machen vielleicht lassen wir das so leer oder da kommt irgendwas hin wird man dann halt sehen was so was so passiert so hier mache ich noch eine mauer beziehungsweise so eine mauer wo habe ich denn hier meine wände hier und dann kommen da habe ich diese fenster hier da muss ich ja eine mauer machen wobei das hat was jetzt das hat was so einmal zumachen darum darum komme ich unsere stahlbahn produktion da habe ich jetzt ein zu viel gebaut aber das wird ja richtig schnuckelig jetzt hier der erich kommt gleich und er wird sich den ach du scheiße was mir passiert so hier noch ein stückchen weiter wobei hier noch ein stückchen weiter kommt wir machen das hier und dann kommen hier die wände oder ne bis hier Nee, dann kommen die da hinten da weg. Die kommen weg. So. So. So, jetzt muss ich aber erstmal irgendwie da hoch. Ähm. Ich hab auch schon ne Idee, wie. Noch unseren alten Weg hier. So, irgendwie auf die Höhe. Und ich mir jetzt so. 1, 2, 3, hier. Ähm. So. Dann brauchen wir mal eben da rüber. Ah, da hinten können wir ja... Ah, da hinten kommt ja sowieso unser Trommel. Also brauchen wir da hinten doch Foundations. Naja, egal. Ähm. Kann man ja immer noch bauen. Ich boah jetzt erstmal hier. In die Wand rein. So. So. Wirklich in die... Bis in die kleinste Ritze. Wirklich in die kleinste Ritze. Die geht's ja schon wieder durch. Ähm. Machen wir das halt so. Weiß ich auch nicht, ob ich das hier so belasse. Ähm. Ja. Dann. Kommt der hier. Guck. So. Dann haben wir das. Äh. Genau. Jesus, dann. Das heißt, ich muss doch hier irgendwie runterbauen. Ähm. Kann ich hier an der Seite? Nee. Ach hier, warte mal. Hier ist unsere Wand. Hier. Also hier. Ja, das sieht doof aus, wenn ich das direkt da mache. Dann machen wir das doch hier. Ups. Das war falsche Taste. Ich würde das so machen. Wobei. Oben kommen wir hier wieder weg. So. 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 Das sieht mit dieser Wand hier ein bisschen dämlich aus. Da wäre ich, glaube ich, mal den hier anbauen. Ja, sieht schon besser aus. Aber da werden wir hier die Wand auch wegnehmen. Und werden dann hier so einen dicken hinbauen. Äh. Da. So. Okay. So. Nee, ich wollte die. Ach Mensch, was machen. So wollte ich's. So. Ja, so sieht's besser aus. So. Sag mal, haben wir nicht... Hab ich nicht schon, äh, äh, die Zäune? Ja. Wie kann man hier noch mal? Oh, darauf freu ich mich schon. Es gibt's ja jetzt im Update 5 gibt's hier diese schrägen, schrägen Wände. Gibt, gibt es zwar schon als Mod, aber wenn man's offiziell hat, find's, äh, am geilsten. Ähm, das eine, was mir nicht so wirklich gefällt, ist dieser Klumpen hier. Aber ich denke mal, kann man mit leben. Äh, so. So, was haben wir denn jetzt hier? Machen wir uns ein, zack. Ach, komm, alles neben mir. Alles neben mir. Obwohl, das lass ich noch hier. Das brauchen wir jetzt nicht. Äh. Brauch ich jetzt auch nicht. So. Ach, meine Rotoren. Meine Rotoren, wo hab ich meine Rotoren? Da. Hier sind meine Rotoren, so. Äh, das sollte ich hier aber auch mal zumachen. Sieht sonst doof aus. So. Jetzt hab ich gesagt, fünf, wa? Komm mal mit fünf hin. Ja. Ähm, komm, 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 komm. Fünf Gießereien. Fünf Gießereien. Das war Produktion. Gießereien. Ja. Wie soll ich denn hier hinstellen? Ein, zwei, drei. Boah, die sind ja so riesig. Warte mal. Wir müssen ja sowieso in diese Re... Nee. Oh. Ich muss hier weiter bauen. Ich muss hier weiter bauen. Ja, lalalala. Aber da machen wir es halt. Das ist ja nicht das Problem. Und das Reisen war hier weg. Das ist doch ja jetzt mal hier weg. Das brauchen wir alles nicht mehr. So. So. Da kommen natürlich ja noch Wände dran. Wände, Fenster... Das ist ja ganz klar. Weil es soll ja nicht so aussehen, als würde ich es da voll in die Luft denken. Weil es gefällt mir ja dann persönlich auch nicht. Aber um das erstmal zu bauen, muss es halt so sein. Ja, da bin ich ja sowieso auch mal gespannt, wie sie das mit der Statik gemacht haben. Ob du erst Wände bauen musst, damit du die Foundation setzen kannst. Oder ob das trotzdem weiterhin so geht. Weil letztendlich geht es ja auch so ein bisschen darum, dass man ein bisschen seinen Spaß hat. Schön bauen kann. Ja. Schauen wir mal. So, dann gehen wir... Denkt ja voll in die Luft. Lustig. So. Machen wir hier noch eine Reihe. Habe ich da? Ja, habe ich. Na komm. So. Machen wir hier noch eine Reihe. So. So. Machen wir jetzt alles soweit? Na ja, kommt mal. Machen wir auch noch. Sieht sonst hässlich aus. Vielleicht nehme ich die auch wieder weg. Ich weiß es nicht. Ich lasse jetzt erstmal so. So ist erstmal die Gefahr nicht, dass ich hier irgendwo runterpurzele, weil ich was übersehen habe. Ähm, ja. Fünf. Fünf Gießereien. Das wird jetzt ein Spaß. Ähm. Okay. Ja, da kann man auch noch weiter. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vier. Und jetzt fehlt mir ein Modularer Rahmen. Und ihr seid alle stahlen. Waren wir mal. 45 pro Minute. Mh. 90, 180. 180. 180, 225. Genau. Dann habe ich immer noch ein bisschen Pupfer. Ja. Ja. Und ein bisschen. Oder lasse ich das? Ne, warte mal. Ich lasse das bei vier. Weil da kommt ja so viel raus. Wobei, es kommt eins zu eins raus. Aber das ist trotzdem eine ganze Menge eigentlich. Müssen wir mal gucken. Weil Eimer Kohle wollte ich ja hier lang. 180. 180. Mach 225. 225. Machen wir 15 über. 15 über. Was denn da aufgehen? Ne. Ich lasse es bei vier. So lange, wie ich jetzt noch keine andere Quelle habe. Lassen wir das so. Genau. Ähm. Jo. Das heißt. Fabrikatoren. Da unten. Ähm. Ja. So, dann bauen wir Splitter. Splitter, Splitter, Splitter. Und dann Logistik müssen wir hier sein, ja. Machen wir mal. Die Kohle kommt von da. Dann wird hier auch hier anfangen. Ähm. So. Oder? Ne. Machen wir die alle unten. Eisen kommt oben. Ähm. So. Und. Ich mach das ja nur wegen der Optik. Ja. Okay. Ach so. So. Und da hinten rein. Aber muss so lang. Ne. Ach so. Ach. Ich stell mich mal so hin. So. Das passt. Ähm. Jetzt kommt die anderen. Aber da kommt ja das Eisen von hier. Den muss ich gleich noch umsetzen. Der untere kommt weg. Die anderen. Das andere kommt dann noch später. Soweit ich die Pferde benahe. Damit man was für die Optik hat. So. 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 Ähm. So. So. Kling ist ja sowieso jetzt da rum. So. Der weg. Der weg. Der weg. Der weg. Und dann hier runter. So. So. E. Ja. So richtig. Jetzt hab ich gerade echt überlegt. Der ist natürlich falsch. Wie immer. Einer muss immer falsch sein. Einer muss immer aus der Reihe tanzen. So. Jetzt passt er. Dann haben wir das. Kommen wir unten noch die ran? Irgendwie wird es gerade wieder dunkel. Kann es sein? Irgendwie hab's die Kühne. Ah. Dieses Tag-Nacht-Zyklus. Den würde ich am liebsten abschalten. Geht aber leider nicht. Leider. 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 Z Leider. Bis zum nächsten Mal.